Egal welches Abenteuer wir für den Tag planen, ob es die Trekkingtour in fernen Ländern ist, die Schneeschuhwanderung im Erzgebirge, eine Hüttentour oder der feste Zeltplatz, von dem man Tagestouren unternimmt, am Ende des Tages wollen wir alle eins eine möglichst komfortable Nacht verbringen, um ausgeruht in den nächsten starten zu können. Der Anwender kann prinzipiell zwischen zwei Schlafsackgruppen wählen, einmal zwischen dem Daunenschlafsack und dem Kunstfaserschlafsack. Das Naturprodukt Daune hat den Vorteil, dass er ein sehr geringes Gewicht hat, eine enorme Wärmeleistung und ein ganz geringes Packmaß. Ein ideales Beispiel für einen Daunenschlafsack ist hier unser Sundowner. Wir empfehlen die Daune auf Touren zu verwenden, auf denen man sie ausreichend trocknen kann. Einer unserer Kunstfaserschlafsäcke ist der Endurion. Ein Kunstfaserschlafsack eignet sich besonders gut, weil er unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist und auch bei Nässe weiter isoliert. Der Endurion ist sehr robust und besonders leicht zu pflegen. Hier von Jack Wolfskin konzipieren Schlafsäcke in unterschiedlichen Formen. Die gängigste Schlafsackform ist die Mumienform. Die Mumie ist dem menschlichen Körper nachempfunden und speichert so optimal die Wärme. Unsere Schlafsäcke gibt es in verschiedenen Größen. Regular, Large sowie eine spezielle Frauengröße und natürlich für die kleinen Sträuche die Kinderschlafsäcke. Die wichtigste Frage, die man sich als Anwender stellen sollte, wenn man in den Urlaub fährt, ist, welche Temperaturen einen vor Ort erwarten. Die Temperaturbereiche unserer Schlafsäcke werden auf der Wärmeskala direkt am Produkt erklärt. Der Komfortbereich, gekennzeichnet mit T-Kompf, ist unser Orientierungswert für jede Frau. Der Endurion hat einen Komfortwert von plus minus null Grad. Der Orientierungswert für die Männer liegt zwischen dem Komfortbereich und dem Limitbereich. Alle Jack Wolfskin Schlafsäcke sind nach der Thermazon Technology konzipiert. Das bedeutet, dass sie an den kälteempfindlichen Stellen wie am Kopf, am Torso und an den Füßen besonders gut gefüttert sind. Abschließend kann man sagen, dass sich der Anwender darüber im Klaren sein sollte, wofür er den Schlafsack verwenden möchte, in welchem Temperaturbereich er sich nachts befindet, um dann abschließend die Entscheidung zu treffen, wähle ich einen Dauernschlafsack oder einen Kunstfaserschlafsack.